Von diesem jungen Mann hier können wir alle eine Menge lernen, denn unser... Rüdiger. Gut, Rüdiger. Liebe Haterschaft, schön, dass ihr wieder da seid, auf meinem Kanal. Rüdiger, er existiert wieder, es ist der Hammer. Ihr habt ja wahrscheinlich gemerkt, dass ich jetzt mehrere Wochen weg war. YouTube und ich hatte leichte Differenzen, ja, leichte unterschiedliche Ansichten, was die Community-Richtlinien angeht. Ich habe keinen Strike bekommen, mein Kanal wurde direkt weggemeddelt. Sehr schade, aber er ist wieder da. Ich konnte YouTube davon überzeugen, dass ich nichts falsch gemacht habe. Und deswegen wird es hier auch weitergehen. Das freut mich natürlich und ich hoffe euch auch. Ich möchte mich als erstes mal bei allen bedanken, die mir treu geblieben sind, die netten Kommentare drunter geschrieben haben. Ich denke, ihr wolltet ja auch wissen, was los ist. Ich hoffe, hiermit konnte ich das schon mal klarstellen. Vielen Dank auch an Arni. Er hat mir sehr dabei geholfen. Er hat mir ein paar Tipps gegeben bei dieser Freischaltung für den Account. Was man denn dafür machen muss, was man erwähnen sollte, was da sinnvoll ist. Hat mir sehr, sehr geholfen. Vielen Dank Arni dafür. Mit der Organisation auf diesem Kanal ist ja einiges durcheinander gegangen. Es waren sechs Videos hochgeladen. Die sind jetzt alle auf einmal rausgegangen. Die sollten eigentlich kommen, als der Kanal gesperrt war. Tag für Tag eins. Hat ja super geklappt. Ich glaube, ihr habt jetzt auch keine Benachrichtigung dafür bekommen. Das lag wahrscheinlich daran, dass so der Zeit, wo sie hochgeladen werden sollten, der Kanal halt nicht mehr existierte. Blöd gelaufen. Ist jetzt leider so. Rüdiger wird mein Hauptkanal definitiv bleiben. Ich werde hier weitermachen. Aber ich bin jetzt erst mal zwei Wochen im Urlaub. Werde in der Zeit natürlich keine Videos produzieren können. Aber ihr könntet zum Beispiel mal auf den Kanal ZombiefährtBlue gehen. Ich werde ihn hier unter dem Video verlinken. Ich denke, man kann da guten Ersatz finden. Zwinker. Wie gesagt, in zwei Wochen geht es hier weiter. Ich habe auch schon ein paar Grüße in den Kommentaren gehabt unter den Videos. Ich habe mir die selbstverständlich nicht alle notiert. Aber ich will sie jetzt nicht hier raushauen. Die kommen dann bei dem nächsten Reaction-Video auf diesem Kanal. Zum Schluss möchte ich euch auch nicht weiter aufhalten. Sondern einfach so enden auf diesem Kanal, wie es typisch ist. Falls ihr schon wieder bei meinem ganzen Gerede vergessen habt, wo ihr hier eigentlich seid. Du heißt wie erst mal Rüdiger? Da heißt du? Genau. Ihr seid beim Rüdiger. Ich habe es vermisst. Herrlich. Macht's gut.